What it really means to live like golden It will go then, baby, it will go then Hey Leute, was geht? Warlord Han wieder am Start und ja heute ein weiteres kleines Live Commentary zu World War 2 auf meiner Lieblings-Map oder auf einer meiner Lieblings-Maps von dem Game, sagen wir es mal so weil die Map ist richtig, richtig geil zum Snipen allerdings leider nicht mit der Sniper, die ich gerade verwende weil, keine Ahnung, ich komme mit der Sniper nicht so gut klar ich bin jetzt mal gespannt, wie sie jetzt mit den Aufsätzen ist, die ich jetzt draufgepackt habe vielleicht wird sich jetzt die Meinung über die Waffe ändern das wird sich zeigen und die Schrotz ist natürlich auch dabei, um hier oben alles zu sichern wir gehen auch direkt mal hier hoch, Leute okay, schönes Ding so, wo sind die Gegner, Digga sind die alle jetzt hier auf der Seite oder was da ist einer ach Gott, ja Digga, natürlich ach lol, er ist schon down nein, wechsel doch zur Sniper, dankeschön so, okay, den hätten wir nein, ach du Missgeburt, Digga du Wichser eins zu eins, okay, das könnte natürlich besser sein, komm, wir gehen direkt wieder hoch oder, ja, doch, denk schon ja, doch, ja hier auf der Seite ist gar nichts los, so wie es aussieht doch da hinten ist einer oh Digga, alles klar, alles klar, er holt mich direkt darunter belastend das hätte eigentlich gar nicht passieren dürfen, naja aber ich bin so froh, wenn ich wieder gesund bin, die Erkältung weg ist kann ich mich wieder zu 100% beim Zocken konzentrieren ja, Alter, seine Mutter ist noch Fritz X Bombe okay, immerhin noch ein Kill gemacht kommt jetzt eh von da, oder? den haben wir schön weggeholt wenn die Waffe doch nur immer so die Gegner wegholen würde und dann kommt der wieder raus, oder verpisst der sich oh Gott ja, er kommt wieder raus, anhitten ist hierhin komm wieder raus, Digga boah, das da war so schlecht geaimt von mir Mann, die Waffe ist echt scheiße naja, egal äh, ab Level 41 kann ich dann nicht, wenn die andere Sniper sch- okay, schönes Ding, erstmal schön mit der Schrotze weg, cool nein, du dreckiger Hurensohn, Alter dieser Piff vor dem schweren Gustav, alles klar, Digga so nein lol natürlich schluckt er einen Schuss mit Schrotze alles klar, Digga er schluckt einfach mehr als, keine Ahnung ja, ich hab da ne Waffe gesehen, du Spasti boah, Digga erstmal die Schrotze reloaden boah boah, wenn das da kein Highlight wird, weiß ich's ja auch nicht, Leute bitte boah, geh verkaufen, Digga Aber die Frage ist, wo kommen die jetzt? Wahrscheinlich kommt wieder einer von da. Würde ich das mal ganz grob behaupten. Ja, da war er doch. Komm her. Sorry, dass ich jetzt hier so hardscope und alles, aber... Hä, du Fotze, Alter. Hälts auf. Ich muss mich so leicht wegholen lassen, Alter. Hehehe. So, schönes Ding. Oh, viel Information. Äh, jo, wo hau ich denn das am besten raus? Wollen wir das einfach mal random hier raus, würde ich mal sagen. Okay, schade. Hätte ja klappen können, dass wir so einen Kill machen. Okay, 11 zu 4, das geht voll fit irgendwie. Keine Ahnung. Zum Beispiel halt ziemlich defensiv, wie die Waffen halt schon Lovegold bekommen, Leute. Ja, lol, Digga, da war noch einer. Komm her, zeig dich. Boah, Digga. Nein, 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 nein Nein, Hitmarker. Okay, auf die Distanz wird es doch ein bisschen dumm, mit einer Schrotze zu schießen. So, egal, dafür holen wir uns den so schön weg. Nein, fuck, ich war doch fast auf dir drauf, Digga, was spielst du denn? Du, ja, spielt die gleiche Waffe. Allerdings mit einem anderen Visier, okay. Vielleicht probiere ich das Visier nachher auch einfach das Verfahren mal aus. Vielleicht bringt das ja was, man weiß es nicht. So, schönes Ding. Schön. Na, fuck. Woher? Ach, egal, Scheiß drauf. Ja, keine Ahnung, die Runde war zwar ziemlich defensiv und alles, aber ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like und ein Abo, da würde mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, macht das gut, hau da rein und ciao. Ciao.